Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Unboxing auf Unboxing Zartox. Diesmal habe ich Selector Spread Recross, die zweite Staffel zu der Serie Selector Infected Recross, beziehungsweise spielt nach der Serie Selector Infected Recross. Wird wieder hierzulande in zwei Volumes erscheinen, wieder unlimitiert, also ohne Nummer. Worte ja erst mal verschoben, sollte ursprünglich schon im September erscheinen, ist jetzt aber erst Induktorwarchie. Das ist der Schuber, irgendwas klappert da drinne, werde ich dann gleich sehen was. Hier haben wir die Informationen dabei sind, 150 Minuten, also das sind 6 Folgen. Hier steht wieder was deutsches, ich hoffe man kann es lesen, mir ist heute nicht nach vorlesen, haha. Und ja, naja, gucken wir doch mal rein, gucken wir es mal hier rein, ich glaube nämlich hier ist das klappernde. Na, K.C. Werbung. Und dann haben wir hier das zweite, äh das erste Volume meine ich natürlich. Und das gleiche nochmal wie hier. Da gucken wir mal rein was drinne ist. Vielleicht ist wieder eine Karte dabei, mal sehen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt was hier als Extras draufsteht, Postkarten sind dabei. Wieder die Kase Umfrage, die Postkarten. Ich hätte gedacht, dass die wieder so eine Karte mit reinpacken, wie es ja bei der ersten Staffel der Fall war. So sieht das Inlay aus. Die Blu-Ray, hinter der Blu-Ray ist nochmal der Selector Spread Request Schriftzug und hier stehen die Episodentüttel. Ja, das war es auch schon wieder zu dem Unboxing, ich bin sehr gespannt wie es jetzt weiter geht. Also die erste Staffel hat mir relativ gut gefallen, ja eigentlich sehr gut gefallen, nicht nur relativ. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Und das war es dann auch schon wieder. Ich bedanke mich für's Zusehen und bis zum nächsten Mal.